Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Seid grüßlich geherzt hier am 13. Teil meines Williams Pinball Classic Let's Play. Wir waren jetzt letztens beim Pin-Bot Flip-Automaten hängen geblieben und jetzt guck mal weiter. Genau, jetzt geht's weiter mit Taxi. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch jetzt einfach mal so hier an dieser Stelle so ein bisschen viel Spaß und dann drückt mir bitte die Daumen, dass das gut weitergeht. Benötigt die Kredi jetzt fünf Stück. Das ist ein teures Unterfangen, aber was soll ich mal wieder was hier reißen. Vielleicht kann ich hier so ein paar Punkte ein bisschen machen. Wow. Cooler Sound. What? Ach man. Ach, das war jetzt echt doof von mir. Taxi ist das. Hey, come on, let's burn me! Ich sehe hier ein paar Taxis, aber was mit Flippern aufsichert verstehe jetzt noch nicht so ganz. Aber gut. Man muss nicht immer alles. Ja. Ja. Cooler Sound. Oh, hat's kaputt. Haben wir jetzt geknackt, ne? Heißt das jetzt? Achso, der hat jetzt immer so eine Kugel einbehalten, okay? Hä? Was war Spaß, der Automat? Echt? Aha. Jetzt habe ich ja zwei Stück von, ne? Hast du nicht gesehen? Und nicht. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Und nicht. Ja, wie kann man so zerwollen heißen, immer so schön, ne? Ja, das passiert mir ständig, Leute, irgendwie. Okay, und jetzt? Oh, ja. Das ist doch nicht normal, oder? Okay, ein paar, das war klar. So. Oh, Mann, was machen wir jetzt, Leute? Ich habe jetzt irgendwie nichts hier reißen können, ne? Ich habe jetzt angeblich noch 18 verfügbare Karate. Machen wir jetzt einfach mal nochmal. Ich spiele das nochmal für euch. Ja, was soll der Geiz? Was ist das? Das ist ein Metabolus. Jetzt hat da irgendwas geblinkt und ich kann euch nicht einmal sagen, was. Okay, jetzt hat er irgendwas einbehalten, nur weg, ne? Oh, Mann, warum mache ich das immer so doof? Oh, Mann, wo bin ich mit meinem Köppes? Oh, Mann, wo bin ich jetzt los? Das passiert mir ständig. Oh, ich bin wahrscheinlich mit dem Abschnitt der schlechteste Kuhweinspieler echt hier überhaupt. Oh, Mann, was mache ich denn da für ein Schwackes? Ach, kein Paar. Oh, 605 Kredits. Äh, Punkte wollte ich sagen, nicht Kredits. Warte, rede ich denn da für ein Schwackes? 13 Kredits hätte ich jetzt noch. Mach ihn, Leute. So, liegt nochmal drauf losballern. Komm. Wenn noch einer muss, ne, hätte ich gesagt, dann schauen wir mal. Was ist denn der jetzt hin? Oh, nein, den kannst du jetzt einfach mal so irgendwie wegheben, weil das ist komisch. Okay. Hopp, 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 mach weiter zu kommen. Hopp, okay. Wow. Cool. Super. Aha, jetzt könnte ich einen parken, weil das ist schon mal gut, ne? Hey, holen wir, Berkley! Super. Hey! Ich weiß nicht, warum ich mach eben mal so viel Schwackes hier. Bitte nicht! Ich hätte mir reinhauen müssen. Oh, Mann, Mann, Mann. Nein, Mann, Mann! Oh, Mann! Okay, in weiter habe ich jetzt geknämmt. Keinerin weiter. Haha, ich versuche nicht nach... ... ja spielen wir noch mal kommen dann kann ich ja nichts mehr machen weil dann sind immer eine kredi jetzt schon auf gebraucht doch mal das hätte ich doch wissen müssen Ah! Ah! Oh mein, mein, mein! Oh mein, mein, mein! Hey! Warte! Ah ja! Hopp! Schön, denn hab ich parken können? Den Nächsten, bitte! Okay, hopp hopp hopp! Wow! Wow! Wow, haha! Jetzt bin ich jetzt halt vorbei! Oder? Hab ich den jetzt verloren? Och, bitte nicht! Ich will nicht ständig kommen, der verliert, Mensch! Oh, Mann! Boah, Leute, ich stand ärgerlich! Was machen wir jetzt? Nochmal, ne? So, wieder nix, ne? So, was will er jetzt mir sagen? Speichern erfolgreich! Wie viele Credits hätte ich jetzt noch? Drei! Okay, Leute! Wir sind jetzt am... Sorry! Hab ich schon einen Knödel im Hals! Äh, wir sind hier am Ende angekommen! Da können wir eh nix mehr machen, weil... Äh, ich hab alle Credits jetzt aufgebraucht! Und, äh, ja! Jetzt hab ich Pech gehabt! Gut, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren! Und Glöckchen bitte drücken! Dann wird immer schön benachrichtigt! Sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe! Ja! Das wäre super! Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen! Bleibt anständig und vor allem sauber! Heißt bitte nach dem Essen Füße waschen nicht vergessen! Ja! Gut, danke! Also bis dann! Tschö, Papa!